Oh Gott! Das ist schlecht! Jetzt wird großartig, glaubt mir. Bei dem Titel... Nehme ich die leere Antwort oder Spiel beenden? Beende besser! Nimm die Option über Weiter! Ja, ich kann sie nicht nehmen! Es geht nur Spielbecken! Wollt ihr mich verarschen? Ja, dann hab ich den draufgegen. Richtig! Das ist richtig! Wollt ihr mich verarschen? Ja, hier, mach mal weiter! Es geht da jetzt! Ah, jetzt! Komm! Nee! Ich wollte ihm ne Mail schreiben! Diese Bildschirmübergänge sind auch schon wieder großartig! Der Pferdeverkehr üfer! Der Pferdeverkehr üfer! Ich mag die Sandstraßen! So, wo muss ich hin? Zum Verkäufer! Okay! Nee, das stimmt nicht, Fuchs! Es gibt doch nur zwei Häuser, wo du reinkannst! Oder so! Ja, es ist ein Einkommen daher! Von daher! Gott, dieser Screen übergeht! Ich fürchte mich! Ich hoffe eine Bescheinigung! Ach! Sie war im Laden? Bestimmt vom Opa! Ranarion, du lügst! Was? Es gibt keine Bescheinigung im Laden! Nein, nicht! Das ist nicht Brian, das ist Rick der Draufgänger! Das ist nicht Brian! Kannst du den Namen nicht lesen! Ich könnte hier nicht mehr kennenlernen! Ich verstehe dieses Spiel nicht! Mein Gott, das ist Xeon! Xeon! Ich würde das Mötchen nicht im Schluss sagen! Ich würde das Mötchen nicht im Schluss sagen! Es ist RTP mit RTVEP! Ich hab nichts gegen RTP, also man kann auch schöne Sachen damit machen, aber das finde ich halt nicht hüpft. Also, überhaupt gar nicht. Bist du überhaupt Ranarion oder CSG? Was, wer redet über mich? Okay, das war Ranarion. Der, der nicht beleidigt, ist Ranarion. Ja, und der, der im Spiel will, das sind beide. Was so lustig ist? Das ist der andere. Tala, erklär, warum geht's in dem Spiel? Ich krieg nichts mit hier. Ich hab auch keine Ahnung. Kannst du mal aufpassen. Keiner passt auf. Die Sony ist schon nicht schlecht, aber... Aber der Grabstein vor der Tür. Du musst den Goldzahn finden, Mann, hat er doch gesagt, ey. Wo ist der? Weiß ich nicht. Ich hab das zwar mal gespielt, aber das Spiel war so unglaublich schlecht. Großartig, großartig. Großartig, großartig. Großartig, großartig. Jetzt wird im Clubhaus vorbei schon, da war ich doch gerade schon. Setz dich. Du musst bestimmt genau dahin. Ich bin so aufgeregt, wie es jetzt weiter geht. Das ist so undoppelspannend. Ja, doch schon, ne? Schon, schon spannend. Hm, ein Schalter. Also, ich kann mich recht gut mit Viktor identifizieren. Was? So wunderschön. So funktioniert das nicht. Ist das ein Rätsel? Dachte ich zwar war es doch grad, aber... Oh Gott. Dachte ich zuerst auch. Gut zu wissen, dass wir einer der Außerwilten sind. Was ist denn? Warum ist da... Next? Erst will ich sterben. Schon wieder? Wir sind doch noch gar nicht durch. Echt nicht? Das ist deine einzige Frage zu dem Spiel. Ob die Charaktere noch Kinder sind? Ähm... Tut mir leid, Anna. Hättest du nicht einfach akzeptieren können, dass das Spiel unterirdisch schlecht ist? Der Entwickler sich null Gedanken darüber gemacht hat? Nee, so kannst du auch nicht sagen. Also... Also... Ja, doch. Wahrscheinlich ist er. Und was ist das überhaupt? Es ist... Der rosa Kuscheldrache. Wie ist das Demon-Saga, ne? Ich find ihn voll süß. Demon-Legend, Episode 1. 2003. Wie ist das süß? Rick oder Rickburn? Du findest deine neue Bescheidigung. Und ich bin Game Over. The fuck? Oh. Bitte? Wie ist das passiert? Next? Also meine Vermutung ist, das Spiel hat unseren einzigen Überlebenden Victor aus der Party genommen und... Man, die Leiche war übrig. Schlechte Code, der Schwachsinn. Wie gesagt, Spiel...